So, kann ich jetzt gleich mal so einen bauen? Irgendwie nicht so wirklich, hab ich das Gefühl. Oder ändert es noch irgendwas anderes? Ja, keine Ahnung. Bin verwirrt! Ich bin mal wieder absolut verwirrt, baue mir was so ein. Jetzt stellt euch mal hier hin. Habe ich spontan entschlossen, dass ihr euch da hinstellt. So, mehr Aufrüstung kann ich nicht mehr brauchen. Nein, hier nichts mehr, hier nichts mehr. Dann passt das ja. Jetzt klicken wir noch nichts sinnlos in der Gegend rum, dann passt das ja noch viel mehr. Ich habe mal wieder nicht genug Kohle. Sehr gut. Arme Leute. Das hier bauen echt reiche Menschen. Training an Raider. Raiders gibt es auch in Fallout. Wollte ich mal so erwähnt haben. So, jetzt, wo wir aufgerüstet sind, kann sie eh nichts mehr stoppen. Außer dieser gigantische Haufen Gegner. Könnte auch mal wieder speichern, 6. Ist noch eine Mine mit 20.000, ey. Cool. Geldprobleme kriege ich wohl keine erst mal. Jetzt. Sonst brauche ich mal ewig die zu finden. Und jetzt, oh, ja, hier. Was haben wir denn da noch so? Außer einer Mine. Die jetzt mir gehört. Muss ich doch hier auch noch weiter gehen. Na ja, der stirbt jetzt eh. Hier ist eine Brücke, über die soll ich wohl nicht gehen, will mir das Spiel sagen. Ein Klub mehr darüber zu gehen. Jungs, braucht ihr so lange zum Tragen? Wieder gar nicht. Glückwunsch, sie wurden ausgewählt, die Gegend zu erkunden. Das wird übrigens eine Mission ohne Wiederkehr sein. Hä, was? Eine weitere Brücke. Lauf, Forest, lauf! Mal gucken, ob er es schafft. Na, das war wohl nix. Aber wenn hier eine Brücke ist, heißt das, sie müssen über diese Brücke gehen. Das heißt, ich kann hier mal diesen tun. Und wenn hier keine weitere ist, kommen die dann nirgends woanders rüber. Aber diesmal gehe ich auf Nummer sicher. Ja, die stellen sie sogar richtig hin. Ich bin überrascht. Moment, hier kommen die auch nirgends wo rüber. Was hat die Körer für den Mann? Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle? Ist das immer noch ein Heiler oder sowas? Ach stimmt, diese Kleriker hatten das vorhin auch. Das ist immer so Magie zum Heilen. Ich pisse jetzt mal die hier an. Aber brauchen wir noch eine Einheit? Und greife den auch noch an. Nein! Halte Taste! Boah, fuck off! Okay, wir besetzen definitiv nicht diese Brücke, habe ich gerade beschlossen. Die ist eh scheiße, diese Brücke. Niemand will diese Brücke haben. Niemand hat die Absicht, eine Brücke zu besetzen. So. Wir stellen die mal vorne hin. Kann gar nicht so viel vorne hinstellen, weil ich nicht so viel habe, dass ich vorne hinstellen kann. Kleriker, ich hasse ja diese Viecher jetzt schon. Wieso habe ich sowas nicht? Falsche Kampagne gespielt. Ach, verdammt. Na komm, wir werden fertig. Aber ich sorge auch dafür, dass die nicht runterkommen können. Und 11.000? Ach, da kann ich noch eine ordentliche Armee hochziehen, du. Muss ich demnächst mal wieder sowas bauen. Schnauze. Naja, ein paar Minuten können wir noch spielen, das nächste. Okay, wir stellen fest, die Missionen werden doch ein Stückchen länger. Aber das hat ja nicht viel zu bedeuten. Was kosten die Dinger? 850, ne? Ich habe aber doch gar nicht 10 Mal drauf geschaut. Ach. Na komm, trag deinen Sack noch rein. Gib mal her den Sack. Um mich ihn anfassen kann. Sexuelle Belästigung, Arbeiter. Ab in den Knast. Tja, jetzt hätte ich mal lieber einen kleinen Kindervergang, da wäre das nicht passiert. Hm, ob da noch mehr ist? Könnten wir das sichern. Können wir die ganzen anderen Spielstände löschen. Ach, was. Wozu denn? So, die haben hier schon einen ganzen Batzen. Hm. Boah, mal so ein Typ. Sind doch, die Mine ist aber auch weiter weg. Das ist natürlich ein gutes Argument. So, stehst du denn du so weiter vorne. Ich gehe mal ein Stück rüber. Treff mal den an. Haut gut rein. Der andere leider auch. So, da stelle ich hier noch einen vierten hin. Jetzt muss ich wieder warten, weil ich keine Kohle habe. Mann, 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 Mann. So viele von den Typen und trotzdem kommt dir keine Kohle an. Braucht ich, da brauche ich gar keine zweite Kaste an, weil ich mir eh keine Einheiten leisten kann. Ah, komm. Was kostet überhaupt noch so eine Farm? 500. Kann ich mir also eh nicht leisten. Toll. Keine Farm für den Arm, Kleinhunk. Boah. Das sieht irgendwie komisch aus, wenn ihr so steht in diesen Armen. Das ist irgendwie komisch, finde ich. Also wenn wir so seitlich stehen, geht das ja noch. Aber wenn sie dann so direkt da, gerade runter gucken, merkwürdig. So, da ist auch schon der halb tot. Toll. Könnt ihr euch bitte mal aufhören, hier auf der anderen Seite einzugraben? Das wäre ich euch sehr verbunden. Ich habe wieder keine Ohrs, äh, keine Meinen, äh, kein Gold mehr. Na komm. Was? Ach, 500. Oh, jetzt habe ich leert, hast du gedrückt. Hoffentlich passiert euch nichts. Ich könnte die Spielgeschwindigkeit erhöhen, aber das will ich ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Wo wollt ihr denn hin? Was soll denn das jetzt? Das muss doch jetzt wirklich nicht sein, oder? Dass ihr da hinten rumlauft. Das gefällt mir auch gar nicht, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Yeah. Aber zum Glück habe ich ja hier, Leute. Dass ihr das Sache gleich mal annehmen. Und man, 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 die dabei viel Schaden. Besser, ich baue gleich noch so ein Ding. Ja, eines kann nicht schaden, wenn ich noch baue. So, Sache erledigt, wir halten viel zu wenig aus. Oh, was auch immer mir das bringt. Mhm, damit zentriere ich auf die Einheit. Okay, da, das war jetzt Stopp. Das wollten wir nicht. So. Ich könnte natürlich auch das Handbuch aufmachen, weil ich hier DOSBox ja im Fenster haufen lassen, weil ich, wenn ich Vollbild mache, ändert es mir ständig die Auflösung. Ich weiß nicht, warum. DOSBox hat also eine ganz eigene Vorstellung, wie die Auflösung zu sein hat. Unabhängig davon, was man erzwingen will und was nicht. Na kommts. Ich brauche mehr Geld. Gold. Lustig klingende Münzen. Meinetwegen auch Galt, was weiß ich. Wie komme ich jetzt auf Galt? Was war denn das wieder für ein Spiel? Spearmans und Raider. Das ist es. Vielleicht. Was weiß ich. 7100, dann muss ich die da oben anzapfen. Mal gucken. Ich weiß immer nicht, was sie mir damit sagen wollen. Wahrscheinlich nichts weiter sinnvolles. Ich würde sagen, du bist scheiße. Damit haben sie absolut recht. Night. Es wird Nacht. Der Night Tom. Night Rider. Nein, Moment. Das lassen wir jetzt lieber. Auf dieses Niveau begeben wir uns jetzt mal nicht darunter. So, ich würde jetzt sagen, ich breche erstmal rechts durch, weil links sieht aus, als wenn da mehr wäre. Könnte natürlich auch täuschen. Jetzt habe ich da schon 5. Mache ich da eben 6. Mitten auf der Straße. Nein, da oben ist doch keine Straße. Naja, es ist ein Feldweg. Warum kann ich nicht am Feldweg weiter bauen? Warum muss ich hier bauen? Mein Moorohr. Äh, mehr Gold. So gierig sind die immer. Können sie mir jetzt nicht einfach umsonst geben. Ich glaube, die planen einen Angriff. Na komm. Sag das mal noch rein. Besten Dank. Oder ein Hammer in dem Raider. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Man muss das ja positiv sehen. Ich lebe noch. Man kann immer noch 6 Einheiten bauen. 6 Heiden. Äh, äh. Ja. Es passiert gerade übrigens nicht viel. Der Feind scheint auch zu warten. Dass meine Armee fertig ist. Wenn ich ihn endlich töte. Wäre doch langsam. Zeit, ne? Der sammelt doch. Ach nein. Es wirkt nur so, dass ob da mehr wären. Es sind nicht alle und so viele da, wie du denkst. Na komm. Wird fettisch. Schicke ich dich mal da rüber. Wie viele anderen kann ich jetzt noch bauen? Genau 4 Stück. Dann geht das ja wunderbar auf. Baue ich noch so ein Grand für zwischendurch. Mal was Einfaches bauen. Gelegentlich muss man sich auch mit einfachen Dingen zufriedengeben. Wie viel Gold habe ich denn noch? 4,8, ne? Das reicht locker noch. Hoffe ich. Um ein bisschen zu gewinnen, meine ich jetzt, ne? Ich habe gehört, ich will einen großen Angriff gegen den Feind starten. Ähm, habe ich gehört. Nur leider haben wir in Einheiten davon scheinbar nichts gehört. Wir safen mal, bevor wir die Brücke hier jetzt uns besetzen. Und so besetzen. Was habe ich da für irgendein Deutsch? Das sind alles Spearmans. Jupp. Luke und der Trog. Wie der überhaupt keine Chance hat. Hat der überhaupt ne Waffe oder kann der wirklich nur heilen? Probieren wir es mal aus. Ja, die wollten mich damit angreifen. Ich hab's doch gewusst, diese Dreckssäcke. Oh, wie auf einmal so Geld her. Haltet ihn auf. Er will keine Ahnung was machen. Er entkommt. Er läuft aus der Karte gleich raus. Nein. Oh, er kann mit Feuer auf mich werfen. Er ist also doch nicht wertlos. Wer los? So, du gehst auch da hoch. Und wir bauen gleich den nächsten. Ich hab doch... Achso, hä? Hä? Muss ich mir nicht verstehen. Luke, ich bin immer noch nicht dein Vater. Hier haben wir auch ganz vielen. Das ist halt reich. Das ist wieder so eine Frage, ne? Na komm. Beweg dich mal. Um mich hier zu machen kann. Wer mal dankt. Da kommen sie schon wieder. Wir wollen scheinbar mich angreifen. So entsteht keine gute Nachbarschaft. Das wisst ihr aber schon, ne? Ich kann hier ein lustiger Förmchen bilden. Schöne Sache. Können wir eine glatte Kunst draus machen. Oh, die Idee klau ich. Und man kriegt ja mit 10 Milliarden Abonnenten. Die ist nämlich so genial. Die ist total scheiße. Wir move'n mal. Ich hab nämlich jetzt grad kein Gold mehr. Ewig, ne? Oh, da ist noch mehr. Oh, da ist... Aha, da ist ihre Stadt. Ich muss hier mal aufziehen. Was ich so habe. Und dann wird das auch was. Oder auch nicht. Das weiß man nicht so genau. Komm, ich will ja wieder in den Kack klär, Digga. Ich hasse diese Dinger. Wir versuchen es einfach mal. Wenn nicht, kann man ja laden. Machen wir noch so einen Raider, Mann. Hier bitte mal alles töten hier. Danke. Töten und so. Das ist wieder gar nichts. Ja, das ist super. Ich seh die scheiß Klerige ja nicht. Wie schnell können die wieder schön heilen? Müsste ich auch irgendwann mal keinen Mana mehr haben. Hey, da stehen ja noch drei. So weiß ich von den drei denn nichts. Schnauze, sterben. Boah, das ist einfach pervers. Wie schnell die heilen. Aber ich glaube, ich hab sie. Wenn da oben jetzt nicht mehr allzu viel ist, hab ich sie. Da oben ist natürlich noch ganz viel. Ja, natürlich ist der noch eh... Oh, ist der noch viel. Komm ich doch nie durch. Ist jetzt die Frage, lade ich jetzt wieder oder lasse ich es? Ich seh noch auffahren, das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, das versuche ich nochmal. Aber heute nicht mehr. Zum Menü. Das war's für heute. Erstmal mit Warcraft 1. Orcs vs. Humans. Äh, Orcs und Humans. Äh, wie auch immer. Das nächste Mal machen wir weiter mit den anderen Spielen. Und dann noch die andere Kampagne. Aber jetzt können wir mal das hier testen. Oh, cool. Call, answer. Was haben wir denn für Modem? 2.400 Baut, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. Doch, doch. Setup drücke ich jetzt besser mal nicht. Oh, no. Oh Gott, oh Gott, ist das alt. Yeah. Wow, da geht's ja noch viel langs. Oh Gott, oh Gott. Was ist denn Custom Game? Set, race. New race, the enemy race. Okay. Set, army. Was kann man denn da so einstellen? Nein, das wollen wir nicht sehen. Die kennen wir noch nicht. Moment. So, was wollen wir denn so haben? Ja, ja. So, den Rest kennen wir noch nicht. Also lassen wir das. Forest random town. Okay. Oh. Jetzt habe ich schon wieder Zeug gebaut, das ich gar nicht sehen will. Alles ist voll. Ich habe trotzdem keine Kohle. Okay, lassen wir den Scheiß. Quit, du Menü. Egal, Karl. Das war's für heute mit Warcraft 1. Jetzt haben wir wenigstens herausgefunden, dass man da auch schon Rahmen ziehen kann. Ein enormer Fortschritt gegenüber Dune 2. Wirklich ganz großartig mit vier Einheiten. Ich freue mich. Okay, ist schon besser, als wenn man nur eine Einheit immer ziehen kann. Mal gucken, ob es dann beim nächsten Mal schwerer wird. Und wie viel Mission wir haben. Nicht, dass ich das dann schon nach irgendwie drei Aufnahmen durch habe in fünf Videos. Aber das ist etwas für später. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.